Herzlich Willkommen zu Anlegen mit Weitblick im September mit unserem Chief Investment Officer Philipp Merkt. Heute werfen wir zusammen einen Blick hinter die Kulissen unseres Anlagen-Ausschusses, aber ein paar Marktinfos dürfen im heutigen Video trotzdem nicht fehlen. Philipp, werfen wir als erstes einen Blick auf unsere Positionierung in den Vermögensverwaltungsmandaten. Wir sehen keine Änderung gegenüber dem Vormonat. Heisst das so, es gab keine wichtige Infos? Natürlich gab es wichtige Infos, das gibt es praktisch immer, aber wir glauben, dass wir gut ausgerichtet sind, so wie wir jetzt sind. Letztes Monat haben wir Obligationen dazugekauft, sind bei den Obligationen nur noch in einem leichten Untergewicht. Wir glauben auch, dass wir so langsam als Ende des Zinserhöhungszyklus angehen. Dementsprechend haben sich auch viele Nationalbanken so geäussert, dass sie glauben, dass das jetzt ein Ende finden wird. Und wenn wir bei den Aktien schauen, dann sind wir in einem starken Untergewicht. Und da glauben wir auch, dass das immer noch richtig ist. Der Wirtschaftsausblick hat sich eher verschlechtert als verbessert. Die USA, die lange robust war, war jetzt auch langsam ein kleiner Dämpfer. Und bei Europa glauben wir, dass sie durchaus am schlechten Beispiel von Deutschland folgen und auch in die Rezession werden abrutschen. Kannst du Sie noch kurz aufzeigen, wie du zu dieser Einschätzung kommst? Ja, da gibt es natürlich viele Indikatoren, die darauf hinweisen. Aber stellvertretend für diese alle habe ich eine Grafik mitgebracht, das sind die Einkaufsmanager-Indizes weltweit. Und die muss man jetzt auch gar nicht alle lesen oder anschauen können. Da geht es eigentlich um das Gesamtbild. Und auf diesem Bild zeigt sich, wie weiter rechts wir kommen. Rechts bedeutet zum heutigen Datum, wie erörter wir werden. Und rot bedeutet, dass die Einkaufsmanager immer wie pessimistischer werden. Das ist ein vorlaufender Indikator. Das ist, wie viel Gitter, dass die Leute diese und die Miesen einkaufen. Das bedeutet auch, dass die Industrie schlechter läuft und noch schlechter wird laufen. Insbesondere in Deutschland und in der Schweiz ist darauf schlecht. Und Indien hingegen als Vertreter der Emerging Markets, die besser lacht. Jetzt dieser versprochene Blick hinter die Kulissen. Können wir auf euren Anlagen Ausschuss zu sprechen? Aber diesen Monat habt ihr entschieden, dass nichts verändert wird in diesem Mandat? Heisst das im Umkehrschluss, dass es eine sehr kurze Sitzung war diese Woche? Ja, diese Sitzung war trotzdem lang. Wir haben die 250 Seiten, Indikatoren und Modellen vorher berechnet und zusammen besprochen. Wir hatten natürlich auch Anträge gehabt. Wir haben also aktiv beschlossen, nichts zu verändern. Es war nicht so, dass wir nichts miteinander geredet haben. Wir haben aktiv beschlossen, dass wir so richtig aufgestellt sind. Jetzt eben, wenn ihr so etwas beschliesset nach einer Diskussion, wie läuft das ab? Wer entscheidet das? Und wie kommt ihr überhaupt zu euren Anträgen? Ja, der Anlage Ausschuss besteht aus fünf stimmberechtigten Mitgliedern und aus weiteren nicht-stimmberechtigten. Und die alle dürfen Anträge stellen, im Vorfeld eingeben. Und dann haben wir die, nachdem wir eben die Indikatoren und alles gestudiert haben, besprochen haben, die wir auch die Anträge miteinander diskutieren. Am Schluss die fünf stimmberechtigten Experten darüber entscheiden, ob wir so einen Antrag annehmen oder ablehnen. Und ob die Einschätzung von euch auch gut war oder mal weniger gut, zeigt sich unter dem Strich ja in der Performance von unserem Mandat. Das ist jetzt so eine wichtige Frage, die unsere Kundinnen und Kunden oder Kundenberatenden fast täglich stellen. Wie schliesst die PostFinance im Vergleich zur Konkurrenz wirklich ab? Ja, auch für das habe ich wieder eine Grafik mitgebracht. Man sieht hier drauf unsere drei Fokusausprägungen von unserem Vermögensverwaltungsmandat gegenüber unseren Peers. Die graue Linie sind unsere Konkurrenten, die zehn grössten Schweizer Konkurrenten, die wir hier drauf haben. Und darauf sehen wir, dass sowohl unsere Fokusausprägung Welt, Schweiz und Nachhaltung entweder gleich gut oder sogar wesentlich besser als die anderen rendiert haben. Da gab es von uns noch Fokusausprägung, eben der Fokus nachhaltig. Ist der, der von uns jetzt im wenigsten gut ist gelaufen? Was sind hier die Gründe? Ja, wenigsten gut bedeutet immer noch gleich gut wie die Konkurrenz. Beim Nachhaltigen haben wir kein Gold drin. Wir glauben, dass das Gold im Abbau so oder so nicht nachhaltig ist. Darum ist das in diesem Fokus nicht drin. Es hat uns in diesem Jahr die Performance gekostet. Zudem sind nachhaltige Anlagen in diesem Jahr in gewissen Märkten schlechter gelaufen als die nicht nachhaltigen. Das hat auch die Performance gekostet. Aber aus dem darf man nicht schliessen, dass das jedes Jahr so wäre. Ganz viele Studien zeigen, dass nachhaltige Anlagen im Durchschnitt gleich gut trendieren wie die nicht nachhaltigen. Aber da gibt es gewisse Schwankungen von Jahr und Monat zu Monat. Also alles in allem ist sicher ein Ergebnis, wo wir zufrieden sein können. Ja, sehr. Vielen Dank, Philipp. Danke auch an euch, seid ihr mit dabei gewesen. Wenn ihr eine Frage habt rund um die Märkte, zögert nicht und meldet euch unter eingeblendeten Adressen. Und sonst sehen wir uns beim nächsten Mal bei Anlegen mit Weitblick. 2 4 3 4 5 6 5 6 1 3